Wow! Wow! Ja, top! Besser als ein Folie. Ich bin der Effekt zu klein. Es war einmal vor langer, langer Zeit und sie hatten sich die Menschen bereit zu forschen, zu entdecken und andere anzustecken vor ihrem Erfindergeist. Heute leben wir und man leben sie können Raumschiffe bauen und zu den Sternen fliegen. Doch wir dürfen jetzt nicht ohne es gehen so viel zu tun. Nalo, Opto, Bio, IT und Mikro sowieso. Wer will das und noch viel mehr verstehen? Du willst schon sehen! Das kannst du auch! Hey! Alles klar! Und so wäre jetzt wunderbar! Es gibt so viel zu verlieren und sich nicht verstecken! Das kannst du auch! Hey! Alles klar! Deutschland sucht den Forscherstar! Schau raus in die Welt! Dein Wissen zählt! Das kannst du auch! Das kannst du auch! Das kannst du auch! Weltraum bis zur Nanowelt! Kannst du forschen, wie es dir gefällt! Neue Planeten, Millimeter, das kannst du auch! Das kannst du auch! Von der Sonne bis zum Blazerstrahl! Du hast den Qual der Wahl! Kannst den kleinen Schaum aus großem Bauen! Neues ist überall! Von Nanow, Oktobion, IKT und Matron! Wer kann mir das alles mal erklären? Ich wüsst's so gern! Das kannst du auch! Hey! Alles klar! Unsere Welt ist wunderbar! Es gibt so viel zu mitten! Die Wurst wird nur verstecken! Das kannst du auch! Hey! Alles klar! Sie sollen doch deutschen Du bist ein Forscherstar, schau raus in die Welt, dein Wissen zählt. Das kannst du auch, das kannst du auch. Mach deinen Fernseher auf, schau deinen eigenen Bild, lass deine Sorgen zu Haus. Gib mal genauer hin, wir brauchen deine Ideen, ohne dich würde es nicht gehen. Das kannst du auch, hey, alles klar. So, die Station Welt ist wunderbar, es gibt so viel zu entdecken, muss dich nicht verstecken. Das kannst du auch, hey, alles klar. Das ist ein Wohl in Deutschland, such den Forscherstar, schau raus in die Welt, dein Wissen zählt. Das kannst du auch, 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 das kannst du auch. Besser mit dem hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Also, wir machen auch mit Fohle, ja? Ja, das wird's gut. So, die nicht wegkommt. Aber auch mit ihren Lampen können sie gut malen. Ich werde das mal mit einer Kinderlampe probieren. Kinderlampe. 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 Vielen Dank.